Okay, ich hab's. Badget Award, Opel Mopel... Alter, kriegst du ja die Krise, ey! Jaja, das mein ich ja. Du denkst dann irgendwie, du musst dich voll beeilen, aber du kannst eigentlich richtig bemütlich laufen. Vor allem, die bleiben auf einmal direkt stehen, so. Mhm, lol. Ja, genau. Aber, nein, nein! Du bist gar nicht runtergefallen, ne? Nee, ich bin einfach weitergeschoben. Hä? What the f... Oh, Gott. Du kannst eigentlich alle zwei überspringen. Kann ich auch rüberlaufen? Das weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass man zwar alle zwei überspringen kann... ...töööööööööööööööch Leute du kann s übrigens so rüberlaufen, ich kanns auch. Oh ok beim letzten musst du aufpassen ich bin jetzt schon beim zweiten gefailt beim Rubberlaufen. Ach du musst aufpassen in die nächste Stufe ist echt hart. Hast du die schon geschafft? Ne. Das ist immer geil. Ich hab ich hab die schon geschafft weißt du ja also die ist super schwer aber ich hab die schon geschafft mama so jetzt pass auf achte du darfst die kisten nicht berühren jetzt fehl ich entchen ente 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 wo er hat den genommen ja doll oh mein Gott ey das gibt's doch nicht ach ja erstmal speichern wie können wir denn hier mal feilen zweimal schon ey loll der hat das gar nicht gespeichert ne der hat echt nicht gespeichert bei dir aber achte mal achte mal warte bleib mal stehen du bist da hinten ne ich bin hier schon auf dem feld wir haben trotzdem dieselbe stufe ja der hat bei dir nicht gespeichert vielleicht ne der hier speichert nicht der hier speichert generell nicht glaube ich warte mal warte ich spring jetzt mal kurz runter ja natürlich spreche ich auf eine andere ich bin auch noch 534 ich guck jetzt mal wenn ich irgendwann mal sterbe so warte jo der speichert da hinten echt nicht ach nee oder das ist irgendwie ein bisschen fail wahrscheinlich sind das in wirklichkeit nur 569 stufen und jetzt was auch jetzt müssen wir den ganzen obje machen ohne zu failen ne das wäre glaube ich ein bisschen doch der speichert hier müssen wir reporten hat er gespeichert ja auch und das weiß ich nicht verrückt welches weiße ach ja okay zum glück bin ich gesprungen da kommt gleich der marcel hammer ja ich springe denn jetzt schon hier ein bisschen an den sachen ich bin jetzt bei marcel hammer und umbinden wohin gesprungen scheiße boom go durch klemme äh klemme oh nein in der höhe des gliedes ich bin runtergefallen wie peinlich wie peinlich willst du man schafft die härtesten sachen und dann verkackt man einfach so ein klepp ich bin ungewaschen doch du bist ungewollt ja hier ähm bei der nächsten stufe ne musst du ja gerade auslaufen auslaufen ja ich bin hier einfach gerade seitlich runtergefallen oh gott wie pein ich hab noch nie stein was next couple of stages is a sneak peek to my new obi ach so ich hab grad den blauen berührt bist du gestorben nö ich teste es aber nicht nö 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 jetzt versuchen nö 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 als Du nö was los Du musst immer ganz an der Seite bleiben, wenn du an der Kante stehst, kommt das Ding nicht da dran. Echt? Du musst immer an die Kanten gehen. An die Kanten gehen? Kanten. Marcel, ey, nee. Ey, höhö, was los? Oh, geschafft. Oh, das ist aber schwierig. Nein! Ich fahr runter mit. Nein! Ich bin stehen geblieben. Mann, ich bin jetzt auf drei Plattformen geklatscht. Kennst du das, wenn du eine Pizza gegessen hast, dass du so richtig viel trinken musst, aber immer? Ja, ich hab dann immer voll den krassen Durst auf Eistee. Oh, ja, lol. Fail. Du, was sagst? Oh, nö, bitte nicht. Ey, das wär auch schon schön, wenn am Ende so ein Invisible- Ach, Invisible-Part. So ein Part ist, damit man andere Leute nerven kann. Mh, das wär echt geil. Aber das sieht so aus, als wäre da kein Automat hinten. Vielleicht sind da so Plättchen auf dem Boden. Hoffen wir es mal. Jo. Hä? Oh, oh, das Ding verschwindet. Achso, ich hab's schon gedacht. Hä? Ist das grün, ich... Bei mir hat er ruckelt, das Ding voll. Oha, der rote ist härter. Puh. Seidst du dich verarschen? Stimmt. Was? Das ist voll die schwere Aufgabe, Mann. Oh, nein, ich hätte durchrennen können. Wann wollen, ich wird angeschrieben. Höh? Hurensohn. Hurensohn. Na! Lol. Was ist denn da durchgeflogen? No, lol. Alter. Boom! Mieter. Was? Das ist ein Esel. Du bist runtergefallen. Das ist ein Esel. Höhöhöh. Bruder? Esel, oooio. Esel, oooio. Du bist so gut. Lol. Hier steht was. Hier steht's, das Hammer. Obwohl man steht da Hitler so, weißt du? Du musst mal so ein Obby machen, weißt du? Dann machst du so Stufen. Und wenn man dann irgendwie ganz weit rauszoomt und aus einem bestimmten Winkel guckt, steht dann dann so, ähm, ha, ha. Weißt du, so fährlich. No! Loll! Mh, wer war das denn? Was, dieses Geräusch? Jo. Das war ein Motorrad. Vor uns ist einer wieder. Echt? Der Dirk. Ah, der ist drei Stufen von... Boah, wenn der gleich wirklich irgendwie Waffen oder so bekommt, ne? Nach seinem Namen her ist er ein Jahr alt. Ja. Oder er hat sich den Account 2015 gemacht. Loll. Weißt du, was voll der gute Tipp bei diesen Schüsseln ist? Auf den Rand springen. Ja, weißt du, was voll der gute Tipp ist? Runterfallen. Haha, da ist Müsli drin. No! Loll! Kein Eistee? Nee. Hör auf, mich nicht mal einzusprechen. Wir mit unseren O-Style-Köpfen, ey. Hä? Das ist echt so... Ich hab grad die Treppe gar nicht gesehen. Ich erst auch nicht. Ich dachte jetzt schon irgendwie so, irgendwie so ein invisible Part nach oben. Ich bin runtergefahren. Ich hab dich gesehen. Du bist so bunt, wenn du runterfällst. Hä? Oh, der Typ ist... Der Typ hat's geschafft. Oh, Marcel, doch, da sind sie. Da sind Sachen. Echt? Jetzt seh ich sie. Da sind jede Menge Parts und andere Dinge. Jawohl. Guck da oben. Der Typ fliegt da rum. Ohne Witz, man sieht eigentlich an unseren Ostern, na ja, dass wir zusammen spielen. Ja, theoretisch ja, um der Zeit, ne? Ja. Also, selbst wenn wir irgendwie so, ähm, so ein Survival-Spiel oder so spielen würden, man würde zwei Leute sehen, die so Ostereier haben. Ich glaub, das würde ziemlich schnell auffallen. Hm. Aber wo bist du? Runtergefallen. Och, Marcel. Was steht hier eigentlich? Play und auf dem anderen Football, was danach kommt. Okay. 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 Noobt er dich weg? Na? No, no, ich steh hier nur rum. Weißt du, wir sagen, noobt er dich weg und wir machen das gleich. Boah, alter Scheiß. Ich glaub, in der Pizza war irgendwas drin, dass ich nicht mehr richtig jumpen kann. Nooo. Außer Übung. Hyperjump. Boah. Du bist durch das Loch gefallen. Ja, beim O. Oho. Hehehe. Was ist das denn jetzt hier? Was? Die hier. Kann ich einfach drüberlaufen. Sicher? Ich kann sogar über beide Farmen, ja ja, ich war da vorhin schon drauf und bin da rumgesprungen. Oh nö, nicht Pokémon Go. Pokémon Go. Ja. Wie alt riehen die sich? Mh, boah. Jetzt kommt wieder so eine epische Stufe am Ende. Willst du dich verarschen? Ich bin jetzt extra nicht gesprungen. Der ist schon weg vom Server, der Typ. Ja, wahrscheinlich hat er niemanden gemobbt oder so. LOL! Ich geh mal kurz bis ans Ende und hol mir dann Essen, weil ich warte dann da. Damit ich gleich nicht irgendeiner aufholen muss. Welches Level hast du eigentlich unten in der Anzeige? 61. Was? Wieso hab ich 53? Hä? Woll? Hä, wieso? Hä? Das ist doch voll. Was darf man denn hier nicht berühren? Den Punkt? Sag mir jetzt nicht den Punkt. Sind das diese Kreise mit diesen Punkten in der Mitte? Da darfst du die Punkte in der Mitte nicht berühren. Oha, ich bin jetzt bei der letzten Stufe, äh, bei der vorletzten Stufe und das ist das, das ist der, ähm, das ist die Stufe aus dem, ähm, Intro-Bild. Intro-Bild? Ich weiß gar nicht mehr, wie das Intro-Bild aussieht. Das ist so ein gelb-grüner Pass. Mit so... Ich muss erst mal ein bisschen Platz machen. Stell mal das Tablet hier hin. Was heißt Stand? Ja. Jetzt geht das Gleiche nochmal rückwärts. Oh, es gibt hier Bob der Baumeister-Uniform. Suitman Ach die Scheiße musst du doch noch kaufen, wat im Kack Ernsthaft Ja Also ähm Was ist das denn? Duuuut Sag mir jetzt nicht man muss hier alles kaufen, ich dachte schon Ok, warst du nicht, um gewusst zu essen? Jo. Oh, fuck. Ah, nein. Alter, feist du mal nach dem Weg auf. Bin ich behindert, ey. Oh, nee. Jetzt wollte ich gerade sagen, wir haben den Hobby geschafft und jetzt gehe ich in der Map ohne zu speichern. Oh, Mann, ey. Ich hoffe, der lädt noch die Map. Dennis? Hallo? Ja? So eine Scheiße, ne? Ich bin in so ein Portal reingegangen, hatte eine neue Map geöffnet und ich habe nicht gesaved. Ist das nicht scheiße? Ich weiß nicht, wo ich gespeichert habe. Oh, nee. So, wir haben den Hobby geschafft, ihr habt es gesehen, ihr seid Zeuge davon. Ich mache jetzt Schluss. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal in 10 Jahren wieder ein neues Let's Play. Tschüss.